Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge XCOM 2 Operation Blanker Schlund ist hoffentlich, äh Gott sei Dank, glücklicherweise geglückt. Bierman und Wirex haben es heil, naja mehr oder weniger heil, lebendig zumindest heimgeschafft. Können jetzt wieder gepflegt werden und befördert. Und der Arne ist unser Klingenmeister, deswegen kriegt der jetzt Klingensturm. Wer sich in Nahkampfangriffsreichweite befindet, wird kostenlos und sofort angegriffen. Nun, nun, was ist jetzt? Warum passiert das automatisch? Vorratslieferung verfügbar. Gegen die Ältesten sind wir immer siegreich. Na dann. Gemeinsam haben wir noch mehr über die Auserwählten herausgefunden, die hinter Ihnen her sind, Commander. Wir wissen jetzt, wo dein Haus wohnt, Jäger. Wenn wir den Auserwählten endgültig ausschalten wollen, müssen wir sein Versteck angreifen. Der Widerstand hat einen Zugang gefunden. Wir müssen ihn nur nutzen. Aber diesmal gehen wir da vorbereitet rein. Nicht wie damals bei der Attentäterin. Wir haben aus unseren Fehlern gelernt. Wir haben die Ringeinrichtung gebaut, Commander. Allerdings setzen wir zur Zeit keine Soldaten für verdeckte Aktionen mit dem Widerstand ein. Was ist los? Warum setzen wir keine? Warum nicht? Machen wir doch. Was können wir eigentlich gleich nochmal verbessern? Ich hab keine Ahnung. Also, verdeckte Aktion! Man munkelt, dass wir den ein oder anderen neuen Trickauflager haben, Commander. Vielleicht sollten wir sie mal ausprobieren. Verbesserte Magnetwaffen. Ja, das fällt euch ein bisschen spät ein, jetzt wo ich Plasmatechnologie hab. Nö. Einen zweiten Schnitter rekrutieren. Fände ich ja schon cool, aber wir haben jetzt schon einen, der so hochlevelig ist. Alienbeute. Hexer3 ist natürlich interessant. Ist natürlich interessant. Höhere Regionsannahme. Okay, okay, okay. Wisst ihr, was ich mache? Vorräte. Das sind zwar nur 100, nur, ist eh gut, aber ich mein, das sind super. Also, ja, Vorräte. Weil wir brauchen Vorräte. Vorräte, Vorräte, Vorräte. Weil? Plasma. Warte mal. Soldat, Belohnung, permanent, plus vier Hacken. Dann schicken wir auf jeden Fall einen Spezialisten. Ich würde gerne nach Klassen anders. Ist egal. Also, Zakorak will ich jetzt nicht losschicken, weil Zakorak und Falkos brauchen. Ich würde gerne nach Korkommern kriegen. Aber war sie. Warum nicht? War sie? Du lernst jetzt besser Hacken. Und zu deiner Unterstützung schicken wir, ähm, Bob Ross. Achso. So, was brauchen wir da? Einen Ingenieur, damit keiner verwundet werden kann. Aber verwunden finde ich immer nicht so schlimm. Und die Ingenieure sollen lieber hier helfen. So ein bisschen verwunden. Verdeckte Einsätze sind unsere Spezialität. Hoffentlich können Ihre Leute auch mithalten. Beförderung für Major Scout. So, jetzt können wir den mal befördern. Ich weiß, wisst ihr was? Das ist gut. Weil den kann ich mir merken. Den machen wir jetzt mal gezielt nicht zu einem Medic. Sondern zu einem Gefechtsdrohnen-Hacker. Das heißt, ihr kriegt jetzt Gefechtsprotokoll. Als erstes. Dann kriegt er natürlich Übernahmeprotokoll. Dann kriegt er Scan-Protokoll. Dann. Was ist denn das da? Fahneinschätzung. Ein Hilfsprotokoll gewährt dem Ziel jetzt einen Deckungsfeuer-Feuerschutz-Schuss. Gut. Und wahrscheinlich Wächter. Bei jedem erfolgreichen Feuerschutz-Schuss besteht... Warum nicht? Machen wir einen perfekten Kampf-Hacker. Aus dem. Ach so, da ist ja noch einer. Hey, wenn mir die immer nicht angezeigt werden, dann weiß ich immer nicht. Aber am Namen erkenne ich den. Warte mal. Ah, da wird es mir eh angezeigt. Ich bin einfach nur blind, blöd und doof. So. Dann fördern wir dich auch noch. Ich mache jetzt den vielleicht zu einem reinen, schweren Schützen mit. Zerfetzen. Unterstützungsfeuer. Holo-Zielen. Kettenschuss. Und Schusshagel. Okidoki. Okidoki. Slokimoki. Ja, und dann schauen wir uns jetzt mal alle Fotos an, sonst gibt er keine Ruhe. Warum denn nicht? Fangen wir an beim Ersten. Yay. Wir haben seltsame Übertragungen empfangen. Es klingt wie deutsch, aber es ist schwer zu sagen. Ah, komisch. Falkos. Was ist eigentlich mit deinen Haaren passiert? Es fällt mir jetzt erst auf. Du siehst ganz anders aus. Ich habe dich nicht umgebaut. Ich bin mir ganz sicher. Aber auf einmal. Wahrscheinlich mit der neuen Rüstungstechnologie, oder? Und mir ist es gar nicht aufgefallen. Ich habe mich nur gewundert. Ich habe mich echt schon gewundert. Ich habe mir gedacht, Moment. Hat der schon immer so ausgesehen? Aber ich habe es nicht überrissen, dass du auf einmal ganz anders aussiehst. Fällt mir jetzt erst auf. Ach, Mensch. Das ist jetzt aber peinlich. Aber du kriegst jetzt einfach... Ich weiß nicht, warum... Warum siehst du so aus? Was ist los? Du kriegst jetzt einfach wieder dein... Dein Retro-Xcom-Design. Weil es cool ist. Komisch. Wirklich komisch. Ich habe nichts verändert. Naja. Ich habe mir wirklich... Also... Inzwischen schon gar nicht mehr. Aber am Anfang habe ich mir echt die ganze Zeit gedacht, irgendwas stimmt nicht. Aber ich wusste nicht was. Es sind ja eigentlich auch Vergessene irgendwo an der Wand. Oh, guck mal. Wir haben sogar... Haben wir eigentlich wirklich im Ernst jetzt diese Auserwählte hier in der Mitte auseinandergeschnitten und an unsere Pinnwannen gepinnt? Ja. Haben wir das wirklich gemacht? Aber es sind hier... Ah, da. 161 Vergessene haben wir schon getötet. Mein Gott. Wie lange spiele ich das Spiel jetzt schon? Vielleicht ein bisschen zu lange. Ich glaube, ich habe ein Problem. Mehr Vorräte. Das löst alle Probleme. Oh, Giftgeschosse. Yeah. Wir haben Giftgeschosse. Das heißt... Ich habe bereits allerhand über ihre Methoden erfahren, Commander. Und schon bald... Halt die Klappe. Warte mal kurz. Ich habe gerade... Ich muss gerade überlegen. Ich glaube, wir haben... Ach so, wir haben gar keine Freunde. Schade. Dabei kann doch gute Freunde niemand trennen. Shit. So. Wir müssen uns den einen leeren Raum, glaube ich, fast aufheben. Weil ich glaube, es kommt noch ein Raum. Oder kommt noch ein Story-Raum? Na, wenn, dann können wir das zweite Kraftwerk zur Not abreißen. Man könnte eigentlich bis dahin schon ein Forschungszentrum mal bauen. Jetzt muss ich doch noch mal kurz nachgucken. Lass mich mal kurz gucken. Was bringt ein Labor gleich nochmal? Jedes Labor erhöht die Chance auf einen Forschungsdurchbruch. Wissenschaftler können im Labor eingesetzt werden, um Dr. Teigen zusätzlich zu unterstützen. Um die Dauer aller Forschungsprojekte zu verkürzen. Dauert 17 Tage. Ich weiß nicht, ob wir noch 17 Tage forschen überhaupt. Insgesamt. Ach, nö. Jetzt machen wir auch kein Labor mehr. Hätte ich am Anfang bauen und zollen können, müssen, dürfen. Jetzt ist es egal. Energie-Relais. Einsatzbereit. Yay. Mehr Energie. Wir könnten sogar noch verbessern. Oh, mein Gott. Ja, mit 20 Kristallen und viel zu viel Vorräten könnten wir... Also die beiden hier sind leicht, 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 leicht genug. Die könnte man dann eben sogar noch verbessern. Untätiges Personal im Testbereich. Ach, Mensch. Jetzt haben wir einen Ingenieur übrig. Haben wir eigentlich nicht vielleicht auch... Hätten wir schon, aber jetzt gerade ist es ungünstig. Wir brauchen das Geld für Plasma-Waffen. Was wär's denn? Fernkampfangriffe gegen flankierte Ziele verursachen plus 1 Schaden. Schwertangriffe erhalten einen Bonus in Höhe von 10% auf ihren kritischen Schaden. Das ist ziemlich gut. 10% kritische Treffer-Chance ist auch ziemlich gut. Und beginne den Einsatz mit einem Fokus ist auch nett. Aber ich verstehe diese Templer immer noch nicht so hundertprozentig. Aber das ist halt teuer, 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 teuer. Und ist das wirklich besser als Plasma-Waffen? Ich kauf's jetzt. Und Schluss. Weil dann ist es gekauft. So, ich werd's bereuen. Ich bereu's jetzt schon. Aber wenigstens sind die jetzt gekauft und gut ist es. Oder? War das jetzt ein Fehler? War das jetzt dumm von mir? Vielleicht. Aber so ist das Leben. So ist das Leben. Wir können, ähm... Markus Leo hat, glaube ich, jetzt Angst vor Fliegenden. Und, naja, er ist auch... Die müssen wir beide von ihren negativen Eigenschaften befreien. Hey, wir haben jetzt echt einen freien Ingenieur und ich weiß nicht, wohin mit dem. Wir brauchen den gerade gar nicht. Im Testbereich könnten wir vielleicht was bauen. Aber was denn? Das ist auch ein zweiteschwerer Anzug. Ja, klar. Machen wir eine neue, schwere, experimentelle Waffe. Auf die Gefahr hin. Dass, dass wir einfach nur eine, die wir eh schon haben, nochmal kriegen. Ich weiß nämlich nicht, ob's was anders gibt, außer Shredgun, Raketenwerfer und Flammenwerfer. Ich weiß nicht, ob's da noch was gibt, ehrlich gesagt. Ich befürchte fast nicht. Aber, wir machen eine. Und Schluss jetzt. Gut, Kommander, ich lasse es Sie wissen, sobald das Projekt einsatzbereit ist. Gut, heute ist die Folge der schlechten Entscheidungen. Hahaha. Na toll. Sammeln wir noch ein paar Rohstoffe, Vorräte. Okay, cool. Haben wir wieder über 400. Das klingt nett. Da wären auch noch Vorräte. Da könnten wir doch mehr Vorräte holen. Ich wollte nämlich gerade sagen, jetzt machen wir eine coole Mission. Aber vielleicht holen wir noch nur, nur kurz die sechs Vorräte. Aber es ist immer irgendwas, nur noch eben kurz. Aber in fünf Tagen wäre auch die Sturmkanon-Technologie fertig. Und dann die neue experimentelle Waffe. Na gut. Ausnahmsweise holen wir uns jetzt noch hier die Vorräte. Avenger berechnet neuen Kurs. Und dann machen wir einen großen Schlag gegen die Aliens. Der wird so groß, der sprengt so ein riesen Loch in die Aliens. In jeden einzelnen Alien. Ja, Ausbildung fortsetzen. Wir lernen jetzt noch irgendwas cooles. Und zwar inspirieren. Weiter geht's. Unsere Leute scheinen gut zusammenzuarbeiten, Commander. Yeah. Neue verdeckte Aktion planen. Ach, das ist doch schön, oder? Das ist doch schön. Wisst ihr was? Spüren wir, spüren wir den auf. Spüren wir den wirklich auf? Okay, ich muss aber gucken. Ich muss einplanen, dass ich wirklich ein Top-Team dabei haben will. Dann, wenn wir jetzt dann die nächste Mission starten. Aber, ja, Scout. Scout ist doch super. Plus zwei Zielsicherheit ist halt eine echt gute Belohnung. Aber, das darf jetzt trotzdem Scout machen. Und, Scout nimmt natürlich hier unseren Kimbo Slice mit. Aber kein Templer. Gut, los geht's. Sucht uns den Hexer. Wir beginnen sofort mit der verdeckten Aktion, Commander. Finde ich gut. Okay. Unsere Inspiration hat sich als vorteilhaft erwiesen. Stürmkanone. Zwei Zellen-Bauprojekte, Commander. Wir haben einen erstaunlichen Durchbruch erreicht. Wir müssen sofort die Technologie zweit... Blablabla. Und was bringt die Zwei Zellen irgendwas? Äh, senkt unser Durchbruch die Kosten der Zwei-Zellen-Verbesserung in unserem Psi-Labor um 50%. Oh! Oh, ja. Oh, das hätte ich tatsächlich gerne. Ich gebe Bescheid, sobald wir etwas Spruchreifes haben. Danke. Aber bis das jetzt fertig ist und ich die zweite Zelle hab, ist wahrscheinlich Merlin austrainiert, oder? Mal schauen. Flammenwerfer! Na toll, jetzt haben wir zwei Flammenwerfer. Die Ältesten stehen offenbar kurz davor, ihren kostbaren Avatar fertigzustellen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut für sie und ihre Freunde ist. Tja, weißt du, was nicht besonders gut für dich ist? Ich komm jetzt, um dich zu holen. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Avenger berechnet neuen Kurs. Ich komm jetzt mit meinen neuen Spielzeugen. Direkt vor deiner Haustür. Ich hätt vielleicht was anders gemacht. Vielleicht hätt ich ne Einrichtung angegriffen oder irgendwas, aber nö. Du wolltest das ja nicht anders. Du musst mich ja anpöbeln, oder? Auserwählten Versteck, komm mal da. Wir haben einen Geheimzugang, Auserwählten Versteck. Wir können nur einmal, wenn alles scheitert, ist alles aus. Danke für die Infos. Okay, also. Zakurak, Falkos. Die drei hätt ich auch gern dabei. Ich hätt gern noch, wartet mal, lass mich kurz gucken. Dann nehmen wir noch nen Schafschützen. Den Ramzi. Sehr gut. Na gut. Na gut. Ein Schnitter wär schon auch. Ein Ranger wär schon auch ziemlich gut. Ziemlich von Vorteil. Also wir brauchen auf jeden Fall natürlich Mox, weil Mox ist ja quasi jetzt der Feind. Ich hätt natürlich schon gern alle drei Special-Einheiten dabei. Aber Ramzi hätt ich auch gern dabei. Und die beiden müssen mitkommen, weil sie die hoch... Na gut, Ramzi, sorry. Aber dann müssen wir noch mal umdisponieren. Dann nehmen wir jetzt den Black-Man-Army mit. Unseren besten Ranger. Damit der nämlich auch... Ich will natürlich die Waffen der Attentäterin mitnehmen, wenn wir uns... Wenn wir den Jäger jagen. Einfach nur, um ihn zu demütigen. Und zu demoralisieren. Und ihm zu zeigen, hey, guck mal. Die gehörten mal dir, deiner Verbündeten. Wobei der Jäger mag ja die anderen beiden auch nicht unbedingt. Ist egal. Wir haben sie jetzt dabei. Und jetzt rüsten wir unsere Leute aus. Und machen die so awesome, Warum, dass die Milch zum Blut wird. Wieso haben wir eigentlich so viele Kanonen mit Verbesserungen drauf? Ich muss jetzt mal ein bisschen... Ich muss mich beschweren. Wir können ja jetzt zum Glück, glücklicherweise, Waffenverbesserungen wieder abnehmen. Außer es geht doch nicht. Nein, wirklich nicht? Ich dachte, wir können Verbesserungen abnehmen. Warum hast du eigentlich... Ist das nicht die uralte Kanone? Ich dachte, die werden... Ich kenne mich nicht. Ich habe... Ich verstehe es nicht mehr. Ich verstehe das alles nicht mehr, was hier passiert. Ist aber vielleicht auch nicht so wichtig. Wenn wir zwei Flammenwerfer haben, nehmen wir einen davon mit. Nein, ich nehme trotzdem die Shred-Kanone. Die ist einfach besser, oder? Wie viel Schaden machten die? Neun bis sechs? Vier bis sieben? Die Shred-Kanone ist einfach wie ein Flammenwerfer, nur besser, oder? 25, sieben. 25, zwölf. Ja, die Shred-Kanone ist einfach ein besserer Flammenwerfer. Nur ohne Feuer. Frostbombe und Plasma-Granate erscheint mir auch gut. Palkos ist bereit. So. Bei dir wird es keine großen Überraschungen geben. Ich denke übrigens an die Plasma-Waffen. Macht euch keine Sorgen. Ich will nur vorher alles ausrüsten, damit ich weiß, was ich dann wirklich upgraden muss. Äh, wie wäre es mit Schlangenanzug für Sakurak? Äh, Bolzenwerfer? Willst du den Bolzenwerfer? Ich bin mir nicht mehr sicher, wenn, dann müssten wir den upgraden. Ich gebe dir mal den Bolzenwerfer, nur wenn wir den upgraden können zu der nächsten Technologiestufe. Midi-Kit, eh ganz klar. So, Spinnenanzug. Mhm. 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 Und die selbstheilende Weste kriegst du noch. Moment mal. Das war ein Medi-Kit gerade. Die selbstheilende Weste. Genau. 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 Mox. Ich schaue immer wieder, aber da gibt es halt nichts. Moment mal. Wir haben zwei verbesserte Waffen für dich. Ich verstehe gar nicht, warum. Fusionsklaue. Und... Willst du Anti-Roboter-Geschosse, Zielsuchende-Geschosse oder Gift-Geschosse, Mox? Was wäre dir denn lieber? Ich glaube, ich gebe ihm die Anti-Robo-Geschosse. Dann ist er jetzt Anti-Robo-Cop. Ich wollte aber eigentlich auch unsere Psychonauts mitnehmen. Damit ich Gegner übernehmen kann. Weil beide können ja jetzt permanent einen Gegner übernehmen. Und in so harten Missionen wäre das echt eine gute Idee. Ah. Mh. Mh. Naja, wisst ihr was? Umso besser. Weil dann können wir nach der Mission mit dem zweiten Team gleich sofort noch eine harte Mission machen. Obwohl die alle verletzt und so weiter sind. Das geht. Ich glaube, wir haben genug Leute, dass wir zwei super krasse Einsätze direkt hintereinander machen können. Das ist eine gute Idee, glaube ich. Du kriegst, glaube ich, den Schädelstecker. Nee. Doch. Warum eigentlich nicht? Damit kann er Nahkampfeinheiten und Humanoide-Ziele auf einen Schlag sofort töten. Äh. Und er steht ja sowieso immer irgendwo ganz weit vorn. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Er kriegt den Schädelstecker und Schluss. So, Leute. Jetzt heißt es Plasma-Upgrades. Wir haben eine Heavy Cannon. Wir haben jetzt kein einziges Standard-Gewehr. Das heißt, ich muss ganz viel upgraden. Aber nicht das Standard-Gewehr. Jetzt schauen wir mal. Also. Die Sturmkonone brauchen wir zum Beispiel gar nicht. Die? Naja. Vielleicht. Eigentlich auch nicht. Eigentlich auch nicht. Das wäre schon schön. Ich muss auch gucken, weil wir haben auch nicht so viel Alien-Legierung. An dem kann es jetzt vor allem scheitern auch. Kristalle, Kristalle, Kristalle haben wir ein paar. Also, ich würde auf jeden Fall jetzt einen Plasma-Bolzen machen. Ist zwar super teuer, aber ist halt auch eine unglaublich gute Waffe. Okay. So. Ach, hier unten ist noch das Zeug. Puh. Brauchen wir nicht mehr. Ach, die Kanone können wir noch gar nicht bauen für den Heavy-Kerl. Dann können wir jetzt für... Auf jeden Fall... Wo ist denn das Gewehr für Dragunova? Können wir das nicht aufbessern? Das ist für Ranger, Templer, Schattenhüter, Ranger, Scharmützler. Na ja, dann kriegt Mox eine bessere Waffe. Und... Ich weiß echt nicht. Nein. Templer... Ne, das wäre jetzt Verschwendung. Der Templer schießt nicht. Ich weiß schon, in der letzten Mission habe ich es auch gesagt. Und dann hat er geschossen. Wie blöd. Aber jetzt gerade zu dem Zeitpunkt müssen wir überhaupt nichts anders upgraden als das. Das ist doch eigentlich schon mal ganz gut. Hier gibt es auch so viele coole Gadgets, die man machen und mitnehmen könnte. Aber, guckt euch das an. Unsere Leute können alle nur ein Zeugs tragen, weil sie so advanced fancy Superrüstungen haben. So, jetzt stehe ich wieder vor dem Dilemma, dass ich hier gerne die Folge beenden würde. Aber ich will keine Ladezeit in der nächsten Folge am Anfang haben. Das heißt, wir starten jetzt und fliegen los. Am Anfang der Mission dann. Also, ich schau noch mal kurz durch, ob es wirklich passt. Ach, jetzt brauchen wir nur noch die Hightech-Rüstungen. Und dann sind wir echt awesome! Aber ihr habt jetzt schon eure Plasma-Versionen alle. Bis auf du und du, natürlich. Und du. Aber du und du. Und du hast ja die super-duper-Waffe. Los geht's! Let's go! Mamma mia! Ich spiele übrigens parallel, privat zu XCOM 2. Für euch, also mit euch spiele ich privat alleine Rabbids and Mario Kingdom Madness oder wie es heißt, Battles. Und das ist auch sehr cool, macht mir wahnsinnig viel Spaß. Ist im Grunde auch sehr, auf den ersten Blick wirkt es wirklich sehr stark wie XCOM oder XCOM 2. Bei näherer Betrachtung unterscheidet es sich aber sehr stark und das verwirrt mich teilweise, aber ich muss echt manchmal hin und her switchen, weil doch dann wieder Sachen ganz anders sind. Weil zum Beispiel Bewegung in dem Mario-Runden basierenden Kampfspiel viel wichtiger ist. Weil man geht nicht nur in Deckung und bewegt sich von A nach B. Wir gehen erneut gegen die Außerwelten der Ältesten vor. Wenn wir einen weiteren ausschalten können, würde das den Plänen der Aliens für unseren Planeten einen herben Schlag versetzen. Wir haben das alles schon mal durchgespielt, also wissen Sie, dass es nicht leicht wird. Halten Sie die Augen offen, seien Sie auf alles gefasst und schalten Sie das Ding aus. Mach ich. Warum wir hier sind? Dieses Ding stirbt heute, egal zu welchem Preis. Registriere eine starke Feindsignatur tiefer in der Anlage. Das ist zweifellos ein Auserwählter. Dann müssen wir dorthin. Ich hatte gehofft, dass Sie etwas länger brauchen würden, um diesen Palast zu finden. Es ist doch gerade erst interessant geworden und jetzt sind Sie so gut wie tot. Schönen Palast hast du hier in deiner Lagerhalle. Genau, auf jeden Fall muss man dann immer auch auf die Röhren achten, weil durch die können sich auch Gegner quasi über das Feld teleportieren, wenn man so will. Also zwei feste Punkte und so weiter. Ist wirklich sehr eigen, sehr anders, sehr cool. Sind wir zufällig in genau dem gleichen Raum wie beim letzten Mal. Nein, das sieht anders aus. Na gut, sind das Gefängniszellen? Vielleicht können wir ja alle retten. Naja, beim nächsten Mal finden wir es raus. Ich bin gespannt und ich freue mich drauf. Auf zum Jäger. Jagen wir den Jäger. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Vierge Untertitelung des ZDF, 2020